... dieses Kampfes bitte um die Vorstellung des nächsten Kampfes. In der Gewichtsklasse Jungen bis 60 Kilogramm, über 3x30 Minuten, stehen sich gegenüber in der roten Ecke Mehmet Demir, Erbok gegen Temur Temur. Ring 2, Runde 1. Der Gewichtsklasse Jungen bis 60 Kilogramm, über 3x30 Minuten, in der Gewichtsklasse Jungen bis 60 Kilogramm, über 3x30 Minuten, über 3x30 Minuten, über 3x30 Minuten. Erbok, 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 erbok! Schön weiter. Noch einmal. Wer hat die Mechse? Stopp! Geen Stroke in der Eingreise. Komm! 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 Halt! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ABCC Appendorn ist 17 Jahre und geht noch zur Schule. Er ist dreifacher holländischer Meister, bestritt bisher 24 Kämpfe. Betreut wird Mehmet von Eduard van Oefenen und Heddy van Bemmel. Rundring frei, Runde 2. Rundring frei, Rundring frei, Rundring frei. Rundring frei, Rundring frei, Rundring frei, Rundring frei. Rundring frei, Rundring frei, Rundring frei. Rundring frei, Rundring frei, Rundring frei. – Ja? – Ja? – Ja? – Ja? – Aber jetzt geht's dir noch? – Ja, aber jetzt kommt's. – Bop! – Bop! – Ja, ich bin jetzt noch so. – Ja, ich bin jetzt noch so. – Ja. – Ja. – Ja. – Ja! Vielen Dank. Das war's für heute. Das ist der Kaffee. Der Boxer aus der Blaunecke, Timur. Timur ist ebenfalls 17 Jahre alt. Er besucht hier in Solingen die Hauptschule Kranhöhe. Er ist der Vize-NRW-Meister 2013. Timur bestritt bisher elf Kämpfe, wovon er abgewandt. Betreut wird er von Uwe und Tim und der Hände. Der Kiemann, der üben die ist palabras auf der Üben,viamente, mit der Auschwitz. Das war's für heute. 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 Meine Damen und Herren, kommen wir zur Urteilsverkündung. Sieger nach Punkten wurde die Rote Ecke, Mehmet Demir.